Nur eine schnelle Nachbesserung. Oh, da ist David. Hä? Wo geht Ava hin? Ah, David, du warst heute so schlau in Algebra. Oh, danke, Ava. Warum kann ich das nicht sein? Oh, das geht nicht ab. Und es ist in meinen Haaren. Oh, Lippenstift, das ist alles deine Schuld. Warte eine Sekunde. Ich habe eine geniale Idee. Warum für einen teuren Friseurbesuch bezahlen? Die andere Seite nicht vergessen. Noch die letzte Strähne. Und fertig. Perfekt. Jetzt doch schnell durchkämen. Ja, alles durchkämen. Und fertig. Jetzt bin ich bereit, mit David zu reden. Wow. Ja, richtig. Ich sehe großartig aus. Wow. Wir quatschen später, Ava. Warte. Oh, warum sind meine Haare so langweilig? Küss mich, Madison. Wow. Äh, was ist denn da passiert? Und so habe ich es geschafft, das Spiel zu retten. Oh, ich habe nur geträumt. Naja, wenigstens sind meine Haare schön. Hör mal, das sind die sanften Geräusche von Wassertropfen. Oh, nichts geht über eine heiße Dusche, stimmt's? Ja, die habe ich gebraucht. Jetzt meine Haare in ein Handtuch wickeln. Und ab geht's zur Beauty-Routine. Schritt 1. Strahlende Zähne putzen. Das heißt zwar, man soll nur eine erbsengroße Menge rausdrücken, aber ich sage, je mehr, desto besser. Ach, das ist minzig frisch. Äh, warte. Mein Handtuch. Ihhh. Da ist Zahnpasta-Spucke dran. Warte. Mein Haargummi. Ich wette, der kann mir helfen. Für diesen Heck faltest du das Handtuch in der Mitte. Nimm dann eine starke Schere und schneide es in einer diagonalen Linie quer durch. Leg den rechten Abschnitt beiseite. Dann mit Nadel und Faden nähst du die beiden Schnittseiten zusammen. Bevor du es zunähst, stecke dein Gummiband an der Spitze halb rein. Beende jetzt die Naht und nähe den Gummi ein. Jetzt kannst du den Faden abschneiden. Nun roll es so auf und zieh den Gummi durch. Du bist aber noch nicht fertig. Siehst du diesen Knopf? Nähe ihn an diese Ecke. Achte darauf, dass du ihn nur an eine Schicht nähst. Sehr schön. Schau dir dein Meisterwerk an. Sobald es auf dem Kopf ist, einfach eindrehen und am Knopf befestigen. Mh, diese Essiggurken riechen so gut. Ob die auch so lecker schmecken? Mh, das ist ein Ja. Hey, schau mal, was meine Oma mir gegeben hat. Wie alt ist das denn? Früher hat es viel mehr gefunkelt. Ich kann dieses Ding nicht tragen. Das ist ja ekelhaft. Ach, so ein Mist. Ist schon okay, Bella. Tatsächlich weiß ich genau, was zu tun ist. Wage ich das in Gurkensaft einzulegen? Der Saft sollte das Silber reinigen. Wow. Jetzt noch eine Prise Natron. Und dann wird es magisch. Schau zu, wie die Blasen das Schrubben erledigen. Du weißt, dass es fertig ist, sobald die Blasen verschwunden sind. Moor sieht aus, als ob es fertig ist. Noch etwas umrühren und dann herausfischen. Hey, schau dir das an. Ist das nicht wunderschön? Wow, so hab ich's in Erinnerung. Ich hab die Ehre. Es ist wirklich glänzend, hm? Schaut euch dieses Funkeln an. Ich danke dir. Du bist die cleverste Freundin, die ich habe. Und die beste Köchin. Hm, sieh dir diese natürliche Schönheit an. Oh, die auch. Was haben diese ganzen Mädels gemeinsam? Bezaubernde Sommersprossen. Hm, lass mal schauen. Hab ich irgendwelche versteckten Sommersprösschen? Nope, keine. Warte mal kurz. Hab ich vielleicht eine Lösung bereit? Hm, die hab ich. Vielleicht kann ich was mit dem Hennerrest machen, den ich noch übrig hab von der Party, auf der ich letzte Woche war. Fang an, damit kleine Punkte auf deine Backen zu malen. Mach weiter und füg so viele hinzu, wie dein Herz begehrt. Und mach dir keine Gedanken, wenn sie nicht alle die perfekte Form haben. Denn echte Sommersprossen sind auch nicht alle gleich. Offensichtlich will Amy dieses Mal ganz schön viele Sommersprossen haben. Okay, das müsste reichen. Und boom. Eine echte Sommersprossengöttin ist gerade angekommen, meine Damen und Herren. Das sieht ganz schön echt aus. Neuer Tag und ein weiteres langweiliges Outfit. Keine Zeit, um shoppen zu gehen. Also muss es das auch so tun. Oh, hi. Ach, du siehst ja Hammer aus. Wo hast du dieses Top her? Ich bin gerade auf dem Weg zum Mittagessen und alles, was ich hab, ist dieses langweilige T-Shirt. Kannst du mir nicht helfen, mein Outfit ein bisschen hochzustylen? Bitte? Okay, ich werd dir aus der Patsche helfen. Beginn damit, von dem unteren Ende des T-Shirts nach oben zu schneiden. Ah, nicht zu weit nach oben. Schneid nun an den Seiten entlang bis hoch zu den Achseln. Klapp als nächstes die Lappen zu den Schultern hoch. Schneid nun horizontal unter den Lappen die Rückseite des T-Shirts durch. Schneid das Teil, das du gerade abgeschnitten hast, vertikal durch. Wenn du Kleber zur Hand hast, dann mach weiter und trag ihn an den Enden der zwei geschnittenen Stücke entlang auf. Drück jetzt die Enden gleichmäßig auf die umgeklappten Stoffstücke. Ganz schön einfach bis jetzt, oder? Nachdem der Kleber getrocknet ist, nimmst du die Schere nochmal und schneidest es so in eine V-Form. Schneid langsam, um sicher zu gehen, dass es gleichmäßig ist. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ha, du hast es geschafft! Zieh dein neues T-Shirt an und knot es am Rücken zusammen. Also, wenn das nicht stylisch ist, dann weiß ich auch nicht. Und du musst es noch nicht mal deinen Fuß ins Kaufhaus setzen. Ha, win! Mädels müssen einfach zusammenhalten. High Five! Und los geht's in die City! Neuer Arbeitstag, neues Outfit. Mit dem Shirt in die Hose gesteckt, siehst du aus wie ein ganz anderer Mensch. Hinten rein. Vorne rein. Gut siehst du aus, Herrli. Schnapp dir deine Tasche und los geht's. Verdammt, mein Schnürsenkel ist auf. Oh, rein mit dir. Brauchst du die Box da oben? Und raus ist das Shirt. Gibt es irgendwas Nervtötenderes? Ja, ich habe gewusst, dass das passieren wird. Wenn es den ganzen Tag so weitergeht, denken die Leute noch, mich juckt es am Popo. Wenn du es leid bist, den ganzen Tag dein Shirt zu rüchten, wird dir folgender Tipp die Socken ausziehen. Nimm eine Schere und schneide unten am Shirt entlang, da wo es noch nicht gewölbt ist. Jetzt hol dir ein dehnbares Unterhöschen. Nimm die Vorderseite des Gummizugs und falt ihn auf die Vorderseite deines Shirts, so wie hier. Nähe beide Teile mit Nadel und Faden zusammen. Geh beim zweiten Stich zurück zur Seite der Einstichstelle und mach dort weiter, sodass Schlaufen entstehen. Wenn du die Unterhose am Shirt entlang angenäht hast, mach noch ein paar Schlaufen mit dem Faden und schneid das Ende ab. Guck dir das mal an. Jetzt hast du deinen ganz eigenen Gymnastikanzug. Ah, aber du bist noch nicht fertig. Mach noch einen Schnitt im Schritt. Nimm die Vorderseite vom Unterhosenlappen und falz sie nach oben. Mach einen Druckknopf drauf und näh ihn von hinten an. Wenn du vier von den Knöpfen angebracht hast, zwei auf jeder Seite, kannst du sie verschließen. Das hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber das ist ganz schön praktisch, wenn du ein Geschäft machen musst. Wenn du dein Shirt jetzt anziehst, brauchst du nicht mal mehr die Enden in die Hose stecken. Siehst du, jetzt ist dein Shirt knitterfrei und sitzt absolut fest und perfekt. Versuch mal dran zu ziehen. Zange guckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020